Hallo und herzlich willkommen endlich, endlich zurück hier in der Brickworld zu einem weiteren Update. Und heute kehren wir zu einem neuen alten Projekt zurück. Ihr seht, hier sind sehr, sehr viele weiße Steine angekommen. Und ein großer Teil davon dient heute dazu, dass wir hier am Oscorp-Gebäude, das ist dieses skelettartige Konstrukt hier vorne, das ist der Oscorp-Tower. Mal schauen, wie hoch der am Ende werden wird. Und dort werden wir heute anfangen, im Inneren weiterzubauen oder überhaupt anzufangen. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Wir starten damit, dass wir jetzt erstmal zwei 32er Baseplates hier noch hinlegen, um die gesamte Baufläche zu erreichen, die wir brauchen, um das Oscorp-Gebäude überhaupt mal weiterbauen zu können. Und vorne fangen wir an, jetzt die letzten fehlenden Säulen hier vorne an der Straße beziehungsweise hier Richtung Busbahnhof zu setzen. Ist vom Design her das gleiche, was ihr auch recht schon seht, was wir vor langer, langer Zeit gemacht haben. Und da bauen wir jetzt einfach hier noch die Fliesen außen dran. Dann kriegen wir dieses Konstrukt, diese Form, die wir da haben, mit diesen kleinen, kleinen Innenecken, die da noch an der Seite sind. Finde ich, ist mal eine ganz nette Geschichte, dass die einfach so ein bisschen noch mehr Struktur bekommt. Und dann fangen wir an, hier noch ein bisschen zu fließen. Hier wird nämlich auch der Eingang sein. Da, wo ich jetzt ein bisschen die Lücke lasse, da wird der Eingang in den Oscorp-Tower sein. Und das sieht dann so ungefähr aus. Also ihr seht jetzt hier, kommen auf der anderen Seite auch noch Säulen hin. Und zwischen der Säule, die ich gerade gesetzt habe, und die Säule, die jetzt noch hinzukommt, dort wird der Eingang sein. Dort wird es reingehen. Da werden die Metalldetektoren sein, der Empfang etc. Und so sieht es dann teilweise von außen aus. Ihr seht, hier habe ich noch ein bisschen eine andere Farbe reingebracht. Einfach hier, dieses Empfangsbereich, dachte ich, so ein bisschen anderes Fliesenmuster, einfach um das so ein bisschen deutlicher zu machen. Und dann sehen wir jetzt auch die endgültige Größe dieses Gebäudes. Und auch, dass es eine sehr, sehr interessante Form hat. Das ist sozusagen die Außengröße hier, der schwarze Strich, auch für mich als Hilfe. Das ist dann sozusagen die Außenmaße des ganzen Gebäudes. Bis hier geht es, wie gesagt, rein. Wir haben drei neue Einwohner schon hinzubekommen. Damit kommen wir auf 928 Einwohner inzwischen. Jetzt werden wir hier reinbauen, hier in den inneren Bereich. Da gibt es nämlich auch einiges zu tun. Wir haben jetzt einen großen, großen Sprung gemacht. Hier sind unendlich viele Stunden drin. Ihr seht hier schon mal Oscorp Industries Logo hier direkt am Eingang. Hier sind sehr viele Ideen reingeflossen, sehr viel Arbeit. Ich habe zwischen keine Schritte aufgenommen, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Hier ist noch so ein schönes beleuchtetes Schild mit ein bisschen Werbung von Oscorp. Ich habe nochmal vier Einwohner hinzugekommen. Dann kommen wir auf 932 Einwohner. Hier die bereits versprochenen Metalldetektoren. In der Mitte ist so ein Röntgengerät. Hier ist noch so ein Schild von Tricks Bricks, das eben hier rechts nicht durchsieht. Oben läuft ein rotes Licht. Einfach Storytelling. Denn die Dame hier, die jetzt ist empört mit diesem Handscanner, da mit dem Handmetalldetektor durchsucht wird, die ist ein bisschen empört. Hier ist übrigens ihr Koffer. Den habe ich jetzt in Weiß genommen, damit noch ein bisschen Farbe hier reinkommt. Und grundsätzlich soll das Ganze eine Mischung aus Weiß und Grautönen sein. Einfach so ein bisschen diesen moderneren Look zu erzeugen. Das ist der Herr, der an Empfang ist. Hier auch nochmal ein Oscorp Industrial. Unten drunter seht ihr diese Unterbodenbeleuchtung. Das war auch eine Sache, die mir ganz wichtig war. Und hier geht dann noch eine Tür rein zu den Bereichen dort hinten. Das sind die Bereiche, die nicht für die Öffentlichkeit da sind. Hier geht noch eine Treppe hoch in den nächsten Stock. Und hier wird es einen Aufzug nach oben geben. Das heißt, von unten erreicht man alles direkt dann, wie es gebraucht wird. Dort hinten ist noch eine kleine Warteecke. Für Leute, die eben hier im Empfang warten, habe ich noch hier angefangen, die ersten Beleuchtungen einzubauen. Das Kabel, das hier rausschaut, ist jetzt nur zum technischen Gründen draußen. Wird dann später hier reingeschoben, sobald es nicht mehr gebraucht wird. Und hier drüben ist dann die andere Seite. Das sind noch mehr Stecker. Ein paar davon haben wir schon vor langer, langer Zeit benutzt. Ein Kabel unten durchgezogen, damit wir eben auch die Lampen auf der anderen Seite haben. Damit ist die rechte Außenwand jetzt schon mal festgelegt. Wir können mal hier unten reinschauen. Man sieht tatsächlich auch ein bisschen was vom Ostkorbgebäude. Ich finde, das ist auf jeden Fall die Richtung, die ich mir gewünscht habe. Ganz nebenbei seht ihr hier, warum es etwas länger gedauert hat seit dem letzten Video. Hier sind ungefähr 5000 Steine drin. Es fehlen noch ein paar. Die sind aber tatsächlich nicht für die Stadt und auch nicht für ein anderes Stadtprojekt, sondern für eine Auftragsarbeit, von der ich leider noch nicht genau sagen kann, wofür und was genau es wird. Ihr werdet aber, Mitte Mai wird es öffentlich werden, was es ist. Dann wird das Ganze auch in diversen Social-Media-Kanälen vorgestellt. Und dann werde ich auch ein Making-of-Behind-the-Scenes-Video zur ganzen Geschichte rausbringen. Denn das hier hat sehr, sehr viele Stunden Arbeit gedauert. Und ich glaube und ich hoffe, da kommt was ganz Nettes am Ende raus. und werdet es präsentiert bekommen, die ihr sagt, Mitte Mai ungefähr. Dann werdet ihr sehen, was hier alles gemacht wurde und wie viel Zeit hier reingeflossen ist. Zurück zum Oscorp-Tower. Seht ihr, dass ich jetzt hier den ganzen Eingangsbereich jetzt erstmal fertig bekommen habe. Was ihr auch seht, ist, dass hier rechts keine Leuchten leuchten. Denn ich habe diese kalt-weißen Dioden, die ich hier genommen habe, um diesen etwas industrielleren Look zu bekommen, tatsächlich keine mehr da. Da muss ich hier nochmal welche nachbestellen. Weil ansonsten haben wir hier noch einen Mitarbeiter, der eben hier gerade aus der Tür rauskommt, die hier zu diesem Bereich führt, der dann eben so ein bisschen Anlieferungsbereich ist. Denn wir haben da hinten ja auch dieses Tor. Schauen wir mal um die Ecke rum, dann seht ihr es besser. Diesen kleinen Anlieferungsbereich. Das ist ja auch Teil des Oscorp-Tower. Also hier wird so ein bisschen Lager etc. in der Richtung entstehen. Und hier hinten wird es noch eine Tür geben, damit eben der Herr, der hier arbeitet, auch in den Bereich rein und rauskommt, weil hier ja die Treppe ist. Und auf der anderen Seite hier ist ja der Aufzug. Das heißt, links und rechts kommt der Herr ja gar nicht raus. Da brauchen wir nach hinten hin eine Tür. Und dann haben wir jetzt ganz grob den Look hier gegangen, die Treppe hoch. Und oben drüber möchte ich noch eine Art Galerie haben, damit der Eingangsbereich noch ein bisschen höher wirkt. Und dann ist noch eine ganz wichtige Frage, abgesehen davon, dass wir jetzt die Ausmaße des Gebäudes haben, ist, wie hoch das ganze Gebäude eigentlich werden soll. Denn es ist zwar jetzt schon vier Stockwerke hoch, wie ihr sehen könnt, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall da noch ein bisschen höher. So zwei, drei Stockwerke denke ich schon. Auf jeden Fall höher als das Schulgebäude da hinten. Erstens, um auch diesem Oscorp-Tower-Begriff so ein bisschen nahe zu kommen. Und zum anderen auch ein kleines Thema hier vorne, denn die Gebäude hier vorne auch geplant sind. Da ist ja auch der Kreisverkehr geplant. Das habe ich euch mal erklärt vor langer, langer Zeit. Das heißt, die beiden Gebäude hier müssen so ein bisschen an den Kreisverkehr angelehnt sein. Das heißt, die beiden Gebäude hier vorne können wir erst bauen, wenn der nächste Tisch da ist. So viel dazu. Zum Oscorp-Gebäude war es das tatsächlich heute schon. Also wir können hier vorne nochmal reinblicken. Ich denke, es ist wirklich hübsch, in Anführungsstrichen. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Und ich denke, es wird noch deutlich besser werden, wenn wir auch hier vorne in die Höhe wachsen und man dann vorne durch die großen Glasfronten reinschauen kann. Da wird es einiges an Easter Eggs und Möglichkeiten geben. In einem der nächsten Updates übrigens werden wir hier hinten in die Richtung weiterbauen. Wir werden diese Stützwand weiter nach links bauen. Ich glaube, vier Elemente erst mal. Und dann können wir hier anfangen, die nächsten Gebäude zu bauen. Denn wir haben ja das Schulgebäude hier hinten fertig. Wir haben diesen Bereich sozusagen fertig hier mit dem alten Bahnhofsgebäude. Und arbeiten jetzt hier am Oscorp-Gebäude. Das heißt, der ganze Bereich hier vorne wird jetzt nach und nach fertiggestellt. Der Busbahnhof, der wird euch auch noch in absehbarer Zeit hinzukommen. Aber das sind Sachen, die bald kommen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.